Bridgestone hat einige neue Entwicklungen, zukünftige Entwicklungen, die schon angestoßen sind. Da geht es generell darum, einfach noch das Thema Umweltfreundlichkeit weiter zu fördern, bedeutet Reduzierung der CO2-Ausstöße, Reduzierung des Spritverbrauchs, aber das niemals zu Lasten der Sicherheit. Es geht nun wirklich darum, wie kann man sukzessive die Einsatzstoffe noch weiter durch nachwachsende Rohstoffe ersetzen. Das ist unser Konzept Sustainable Tires. Da spielt zum Beispiel oder sehr stark der russische Löwenzahn eine Rolle. Da gehen die Entwicklungen weiter, wo man halt wirklich versucht, in den nächsten Jahren sukzessive russische Löwenzahn zu nutzen, um hier einen Teil des Gautschukes zu ersetzen. Und langfristig ist das Ziel von Bridgestone in einigen Jahren, das wird aber wie gesagt wirklich noch einige Jahre dauern, einen Reifen aus komplett nachwachsenden Rohstoffen zu produzieren.